Was bedeutet Meme? Memes sind im allgemeinen Insiderwitze im Internet. Diese entstehen aus Bildern, Videos oder Texten. Den Hauptteil bildet meistens ein Motiv, das mit einem Text ergänzt wird. Charakteristisch sind die Einflüsse der Popkultur auf Memes. Verbreitet werden die Memes über soziale Netzwerke, Chats und Webseiten wie 9gag, Reddit oder Forchan. Typisch für Memes ist die Kurzlebigkeit. Ist ein Meme nicht mehr populär, gilt es als tot. Die meisten Memes leben nicht länger als ein paar Monate. Nur ein paar wenige sind mehrere Jahre alt. Wichtig ist, dass man, um alle Memes verstehen zu können, einige Erfahrungen und Hintergrundwissen dazu braucht. Als Beispiel. Bei diesem Bild würden sich die meisten nichts Böses denken. Das Originalbild kommt allerdings aus einem nicht 100% jugendfreien Video. Das Meme, das daraufhin entstand, besteht aus Bildern, die einen ähnlichen Kontrast bilden. Ebenfalls wichtig ist, dass die EU am 13.09.2018 beschloss, einen Uploadfilter einzuführen. Das könnte die Meme-Kultur auslöschen, da viele von ihnen auf urheberrechtlichem Material basieren. Dieses Risiko nahm die EU bereitwillig in Kauf. Hoffentlich sind die Memes noch zu retten. Viel Spaß auf YouTube noch. Euer Jarox.